Jo, hallo, wir sind zurück bei Rust mit Henning, André, Mavit und wir, Danny. Hallo, und wir ziehen jetzt um. Wir ziehen jetzt um. So ganz trocken, und wir ziehen jetzt um. Genau. Rennen wir hier unten noch mal ein bisschen rum, oder hauen wir gleich ab? Ja, und noch ein bisschen Ressourcen gucken, ne? Jo, besser ist das. Ja, ich brauche jetzt ein bisschen, ich habe ja gerade die Beene gebrochen. Aber, das geschieht ja recht. Aha! Ein Holoside, geil. Sehr gut, brauchst du das? Ja. Hallo. Oh, Bauplan. Mit? Shotgun! Ja, damit sehr gut. Boah, geil. Geht der Kunde los? Alter! Baby, wir brauchen dich nicht laufen lassen. Oh, hier ist ja schon jemand. Was war da drin? Ich will es wissen. Ja, ja, Fackeln und drei Close und in der anderen Kiste zuvor waren, äh, und zwei Mädels. Small Mädels. Oh, so eine Scheiße. Wo seid ihr jetzt hin? Da, wo du nicht bist. Bei dem... Bei dem roten Container kannst du sagen. Alles klar. Wo bist du hin? Ich bin gerade auf dem Weg. Vielleicht so, dass ich gerade den Deck vorgegangen bin. Ach, da ist er. Achso, da hat's ja der Lumpen gebrochen, ne? Ja. Ja. Oh, hier waren ja schon welche. Wie die Geier. Mhm. Shotgun, Blueprint, Henning, Holoside. Holoside. Boah. Und das krieg ich gar nicht. Ja, nö, du bist ja auch zu spät gewesen. War schon direkt Holoside, oder? Mhm. Mhm. Na, der Bauplan wär geiler hier, wiss ich. Ja. Ja. Aber egal. Was man hat, dann hat man, naja. Da haben sich die Geier direkt auf das Zeug gestürzt. Ja. So muss das sein. Hat der Henning eigentlich auch schon ne Waffe? Ja. Pistole erstmal weg hier. Oh, halt. Wir haben jetzt alle eigentlich ne Schusswaffe. Ja. Jo. Mäh. Ja. Einer oder beide? So. Wir brauchen dann noch unbedingt bessere Äxte. Äh, bessere Äxte. Ich hab schon ne Spitzfache. Ich hab auch. Also normale. Nee. Normale Headshot eben. Hab ich. Weißt du. Mhm. Hab ich. Mhm. Nur du nicht. Boi. Boi. Oh, ein Tiretpillen. So viel zum Thema Geier. Oh, ne Flair. Gott. Mann, das war meins hier eigentlich. Nee, war's nicht. Alles meine. Smile-Land hab ich gekauft. Das ist gar nix. Hä? Du Scheiße bist. Du bist schlecht. Du lauf. Mach dein Firma zu. Hehehe. Oh Scheiße. Bär. Das haben wir im Hangar Schöne. Ah, siehste. Das ist neben meinem Bär. Den hab ich auf dich gehetzt. Hm. Genau. Ja. Das ist mein Bär. Noch mehr Pistolen-Munni. Ohhhh. Gib mal was. Ich will auch. Ich will auch Pistolen-Munni. Also Schnauze platzen kriegen. Ich hab noch nicht genug. Ich hab erst 45. Ich hab gar keine mehr. Ich hab 21. Schokolade. Ach so ne Kacke. Ja, den heb ich ja gar nicht erst auf. So und du? Ohhhh. Aha. Pistolen-Munni. Ohhhh. Gehen wir zur Straße oder was? Ja. Würde ich sagen. Wartet. Wartet. Hier gibt's noch übelst viel. Holz und Steine. Holz. Ey, da hackt schon jemand. Wer ist das? Das ist Henning. Ich. Echt? Ich mag das. Wollte schon schießen. Ich trau's denn drauf. Okay. Schnauze. War unser Steuern. War unser Holzstapel. Geh weg. Ey, das ist meiner oder? Den hab ich zuerst gesehen. Ein Stück Scheiße bist du. Muss ich dich jetzt abschießen? Weil du ein kleines Arschloch bist. Mal mehr. Ne, ich trau's. Naja, okay. Ich komm gleich. Ich geh bloß mal in die... Ups. Was war'n das? Warst du das? Warst du das? Wer war das? Erstmal gerade meine Pistole gezückt. Ich. Wieso schießt du jetzt hier? Was soll das? Weil ich kann. Weil er, weil er die Aufmerksamkeit auf uns regen wollen, damit dann alle zu uns kommen und uns abknallen. Genau. Gute Taktik, Mehmet. Ganz toll gemacht, Mehmet. Wer ist da im Wald? Wer ist da nackt im Wald? Was? Nackt im Wald? Nackt im Wald? Wo? Da ist einer. Aber nicht nackt. Äh, weiß ich nicht, wer das ist hier. Diesen? Äh, keine Ahnung. Solange man uns macht. Oh, an die Red Bull. Hui. Wir dürfen nicht einfach auf Leute schießen. Nicht? Doch, im PvP-Gebiet schon. Im PvP-Gebiet schon? Aber ist glaub ich kein PvP-Gebiet, ne? Doch. Doch, am Hangar schon. Ja, aber die Straße nicht mehr, oder? Ne, die Straße eigentlich nicht mehr, ne. Na ja, dann lassen wir. Na also, dann wurden wir ja an einer Stelle erschossen, wo wir uns hinten nicht erschießen dürfen. Stimmt, das hab ich nämlich auch schon überlegt. Als wir hier schon waren. Wart ihr da oben schon drin? Seid ihr da auch an der Straße beschossen worden, oder nicht? Ja, wie genau das jetzt ist, keine Ahnung. Ob dieser... Dieses Viereck da immer... Genau dieser... Der rennt uns hinterher. Umkreis ist. Wenn er nervt, tut man ihn. Hm? Boah, dann tut der andere ihn. Nein, der Mehmet. Nee. Der Mehmet tötet keine Menschen. Hä? Nein. Ich habe noch nie jemanden getötet, bewusst, außer der auch nicht geschossen war, der Helding. Da habe ich deine Ehre gerettet. Oh, da ist Holz. Mein Holz habe ich zuerst gesehen. Oh, da ist Stein. Habe ich zuerst gesehen? Nein. Alles immer zuerst gesehen, ja. Alter, ich fresse. Halt's Maul. Halt's Maul. Das ist wo ich rumkommen und dann hau ich der inneren. Ja komm rum. Ja, okay, mache ich gleich. Adresse brauchst du? Irgendwas mit, weiß ich nicht. Irgendwas mit M, ne? Irgendwas mit weiß ich nicht. Ja, das ist die Stadt, aber nicht die Adresse. Ja, die sind nicht so groß bestimmt. Menden war das, wa? Du hast ja gesagt, du bist ein bisschen außerhalb. Dann komm ich ein bisschen außerhalb und dann sagst du schon. Nix machst du. Gar nix machst du. Mach ich sofort. Wie schnell das geht. Ja komm her. Ja, ja. Leck. Ein kleiner. Leck, 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 leck. Nein, da ist auch noch ein kleiner Kunde. Alter, wie viele Steine da sind. Leck mich am Arsch. Ne, mach selber. Halt deinen Arsch selber sauber. Leck mich am Arsch. Ah, rote Zombie wären. Ah, die schießen wir platt, dann ist das gut. Wird dafür nicht unsere Munition verballern, oder? Wenn die jetzt nicht so toll ist. Zum Anlocken wärs gut. Ja. Shotguns können wir uns nachbauen. Dann können wir auch schön jagen. Oh ja. Machen wir wieder unsere Technik hier mehr mit. Ja. Die eigentlich ganz geil war, ne? Ja, die war richtig gut. Äh, hat noch jemand Pfeile von euch? Pfeile? Pfeile, ja. Kannst du mir die geben, wenn du sie nicht brauchst? Wo bist du? Ähm, hier oben bei den Bären. Ach, bei den Bären. Ja, ich komm mal rüber. Ich hab grad auf dem Stein rum. Warte auf, der kommt. Tatsächlich. Ah. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir hauen ihn. Nein, nicht schießen, wir hacken auf den einen. Verballert er nicht sinnlos, Muni. Doch. Hallo. Oh ja. Ist das so blöd. Ja, echt mal. Kein Plan. Ich kann's, ich hab's. Was hat der gehabt? Dosenbohnen. Ach, ist der eigentlich so. Siehst du? Und dafür habt ihr jetzt Muni verballert, ey. Ach, halt deine Fresse. Ich hab hier Muni verballert. So eine Scheiße hier, ey. Vier Schuss hab ich verbraucht. Vier Schuss. Naja, ist doch genug. Und Henning hat auch geschossen. Reicht doch schön. Ach, halt die Fresse. Sieh sie mal hier. Oh, guck mal, da kommt ein Wolf. Scheiße. Ich hab nur noch angelegt. Da. Hilfe. Ich bin nicht aufm Schießen. Oh. Da ist noch Stein. Ich hab vergessen abzubauen, oder? Ach ne, den hat jemand anderes angelegt. Ey, Alter. Pass auf. Warte mal, Axt rausholen. Na zwei Wölfe haben wir jetzt. Cool. Hä? Haben wir uns auch grad zurückgespawnt? Ja. Geil, ne? Rennen die eigentlich in die Scheune hier mit rein? Nein. Staub nicht. Aber ja. Aber ich hab Ruhte. Doch, Renser. Echt? Ja. Das ist schlecht. Hilfe. Hä? Ja? Der hat mich gebissen. Ja, mich auch. Den glaub ich auch. Ah, da kommt neue. Mein Gott. Ich renne hinter dem her. Ich treff den aber nicht. Hinter meinen? Kann sein. Nee, hinter Denny's. Warum heilt der sich so schlecht gerade? Äh. Denny, du musst im Kreis, äh. Denny muss ich mir da im Kreisrand eigentlich einholen und dann draufhacken. Naja, Wölfe sind aber ein bisschen schneller. Ja. So ein Bär ist gleich zu killen. Ah. Ja, ich will Kreis mehr mit. Bitte? Einmal im Kreis. Meiner hat Klub aufgehört. Nö. Haha. Hab ihn. Na gut. Small Water. Nein, das ist noch einmal. Okay. Was hast du gefunden? Small Water Bottle. Okay. Oh, ich hab Hunger. Ich auch, in die Mühe läuft. Aua. Aua. Sorry. Seid ihr noch hier überhaupt? Ja. 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 Ich weiß ja nicht. Aber jetzt wissen sie es doch! Links ne? Und wir haben noch keine guten Waffen. Gehen wir einfach ein Stückchen rechts, an der Straße. Ja. Ein Stückchen. Hier ist er hoch, oder? Jawoll. Mein Bären sind in Ordnung, aber Wölfe? Nerven. Etwas. Bis wir eine Schrottgalle haben. Jetzt halten wir uns Professor links, ne? Boah. Ah, da vorne ist BVP. Da vorne ist BVP, ja? Ne, ne. Laut Cotte nicht, nein. Ah! Boah, Alter. Gib ihm. Alter, wer schießt? Ja, nicht schießen. Du verballerst nur unnötig Muni. Ja, das habe ich aber halt mal getan. Damit musst du leben. Halt im Maul. Ich knoll dich ab. Ne, hier ist eigentlich kein PvP, laut Cotte. Hm. Wenn wir uns schon mal reingucken. Aber hier wurde ich schon zwei-, dreimal erschossen. Echt jetzt? Ah. Das ist PvP. Ne, laut Cotte nicht. Laut Forum Cotte nicht. Leck. Ich wurde die auch schon erschossen. Ja, aber ist eigentlich laut Forum nicht. Oh, Large Medikids. Ach, nochmal Pistolen Muni. Geil. War meine. Hier? Also hier ist immer ganz gut, ne? Ja. Zum Löten. Ja, dann kommen auch die alle hierher und dann, haha. Ja. Na, hier ist schon weg. Was ist denn hier oben? Da bin ich ja mal gespannt. Die Fütze-Burgen. Boah, Alter. Hier leckt es aber auch ein bisschen, ne? Leckt das? Oh! Dicke Muni. Was ist denn das? Für Geräusch. Das Tor ist aufgehoben. Oh, da hat sich einer niedergelassen. Da vorne und da auch. Hat noch jemand ein Medikit oder so? Ah, ein Tor nicht nur. Ja, ja. Hab schon, hab schon. Ich hab sogar ein Large und ein Small Medikit. Oh. Ah, hab ich gefunden, naja. Was du so alles hast? In der Tat. In der Tat. In der Tat. So, da war alles leer, ne? Ja. Können wir ja weitergehen. Hier sind viele Viecher. Ja. Was ist denn drüben mit den Kisten? Ey, hier ist noch was? Mal gucken. Ja. Aber warte mal. Ah ja, 16 Metallfragmente kann man hier brauchen. Oh ja. Ich hab drei Stacks Metallfragmente. Alter. Ich bin das. Ja, sag's doch. Du Perl. Erstmal voll Panik, Alter. Ein Research Kit. Kündige das mal an. Fecht mal. Bei dir steht da übrigens was rolltes, Henning. Was? Hä? Ach ne, das war mein Blasier. Ich dachte, da kommt was rolltes vor. Ne, das war... Dammit. Laser. Halte Schnauze, Alter. Ich knoll dich ab. Mach doch. Ich komme. Mach doch. Ach wisch. Halt's zum Willen. Lass uns mal schön. Dann bauen wir noch die Steine hier ab, oder? Ja. Einer. Rot. Geh weg. Wie ist mit denen da? Wie die Aasgeier. Der Mehmet, ey. Ich hab gar nichts bekommen. Äh, mehmehmehmehmehmehmeh. Ich hab gar nichts bekommen, oder? Ich hab gerade die ganzen geilen Sachen, wette ich. Naja. Oh, ich habe aber schon viel gesammelt. Oh, Alter. Der steckt gleich direkt zu dem Viehzeug. Dahinten übelste Festung, ey. Guck mal. Naja. Da am besten nicht hin. Na ja, wir gehen weiter. Oh, Holz. Ich hoffe nicht, haben sich da nicht welche fett gemacht, wo wir hinwollen. Warten, warten, warten. Hier ist noch Holz. Wo? Hier. Hier ist eine sehr detailgetreue... Ähm... Hä? Bei dir? Ach da. Wo sind der Rest? Ach, da vorne. Ja, ich würde mal sagen, wir... Ich mach mal das, was die anderen nicht machen. Ich denk mal taktisch. Naja. Bitte nicht. Ja, einer... Ich kugel nebenbei, dass hier keiner kommt. Ah, das ist taktisch denken. Hm. Hihihi. Na ja, ihr baut gerade ab, dann bang bang und dann macht das. Hm. Auch wenn's PvE ist. So, verlassen wir dich mich nicht. Hm. Hm. Dann wird ja gemeldet und kriegt hoffte Presse. Ja. Oh, ordentlich Holz. Können wir alles gut gebrauchen. Ja. Eine richtig fette Hütte. So fett wie... Deine Mutter, Memel. Oh, da rennt einer. Meine Mutter ist aber nicht fett. Deine Mutter hat ein eigenes Postleister. Nee. Weil... Deine Mutti verkauft Döner. Deine Mutter ist der Döner. Hase. Ui. Weg damit. Hm. Tja, wo gehen wir hin eigentlich? Keine Ahnung. Mehmet? Ja? Ich glaub, das ist doch jetzt langsam hier, ne? Das müsste eigentlich da hinten irgendwo sein, ne? Ja, aber guck mal, da hat sich doch schon einer niedergelassen. Na, weiter vorne war das nicht weiter vorne? Schwein! Die sind kaputt hier! Hm, hier könnte eigentlich gut sein, ne? Eigentlich geil, ja. Aber da steht doch schon was. Ja und? Was macht denn hier? Man könnte sich ja einfreunden. Ja. Denkst du, dat funktioniert? Keine Ahnung. Ich denke mal nicht. Aua, was war das jetzt? Wollen wir mal fragen, ja. Wo seid ihr jetzt bei dem... Frag mal allgemein im Chat, ob man sich irgendwo niederlassen kann. Wo schon jemand gebaut hat. Wo seid ihr? Hä? Wir sind alle ziemlich nah beieinander. Ja. Wir sind doch bei dem... Sei A da. Alles klar. Shadow schreibt, jetzt können wir ihn töten. 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 Wir kommen in Frieden. Schicke große Hütte, muss man ja sagen. Töten. Zöten. Ja. Neben einer Bude zu bauen? Hmmm. Joa... Das wird schon gestattet sein. Der Geräte... Oh, aber der darf uns der bzw. eh nicht abknallen... Solang wir den... Die Bude nicht angreifen. Ne. Wollen wir da unten noch hin, da ist übelst viel Stein, die wir die Stadt da nochmal mitnehmen. Da rennt einer, das ist einer von meinen Leuten, wie immer. Na, wo seid denn hier lang? Ja, hab ich mal Stein gesehen. Hier möcht ich gerne haben. Hoi! Geh mal runter zur Stadt. Denk dran, das ist PvP wieder. Die hießen ja... Na, da eigentlich nicht. Ihr müsst euch mal die Cotta angucken im Forum. Hier ist eigentlich PvE-Gebiet. PvE. Würde ich sagen, hauen wir uns hier hin, ne? Oder? Ja, warte, ich komm her, ich baue grad Stein. Ab, warte, ich muss auch noch Steine abbauen. Ein Schwein, komm her. Ich krieg dich, sowieso. Da rennt was. Das bin bestimmt ich, wenn du nirgst. Ja. Ja komm, dann lassen wir uns hier nieder. Wer hat das Schwarze? Da wo ich stehe? Wo stehst du denn? Ähm, bisschen weiter rechts von der... von der großen Bude. Ähm. Ja, ich würd sagen, nicht ganz so nah ran. Ein bisschen... Aber hier ist eine schöne große Fläche, weswegen? Ähm. Da. Oder hier haben wir ein bisschen weiter hinten. Oh, ein Radiation Helmet. Geil. Ja, cool. Seid ihr wieder da hinten, oder was? Ich bin in der Stadt. Danny? Achso, du bist schon in der Stadt, die lösen. Danny? Ja. Ja. Hau mal, ja. Ja, ich komm doch. Hier, Mainster. Wo bist du? Hier. Hm, das ist vielleicht ein bisschen zu offen, oder? Ich weiß es nicht. Ja, letzten Endes ist es egal, oder? Ja, eben. Na ja, kommt mal vor zur Stadt. Ich glaub ich. Wir probieren das mal. Wenn's nicht klappt. Nee, kommt mal. Wenn wir jedes Mal genervt werden, dann... Naja, ich komm wieder hoch. Ziehen wir uns irgendwie in den Felsen, oder irgendwas. Ja. Da gegenüber von der Stadt sind doch Felsen. Obwohl man's doch da in der Ecke. Das ist doch viel besser. Da kann man sich viel besser verstecken. Kommt doch mal alle zur Stadt. Hier ist auch geiler. André, wir wollen jetzt mal was Großes bauen. Ich will so ne kleine Mini-Hütte. Also, ich steh jetzt vor der Stadt. Wohin? Ich mein, wenn wir schon mal was Großes bauen können, können wir's doch auch mal probieren. Ja, gut. Und diesmal bauen wir nicht viel Fenster. Oder gar keine. Bauen wir mal Planks. Wo sind die Planks? Ich find's grad nicht. Oh Gott, äh... Wir brauchen ne Werkbank. Äh, André, ich hab noch ne Kopfbedeckung für dich. Bauen wir hier oben irgendwo ne Werkbank hin, oder so? Ja, nicht auf... Macht das erst auf dem Fundament, dann. Nicht, dass du jetzt die Werkbank auf, äh, auf Wiese haust. Das ist Quatsch. Okay. Ich mach grade Planks, dann mach ich hier Fundamenten, dann kannst du da drauf bauen. Gut, da baue ich schon mal ne Werkbank. Ja, wo seid ihr denn? Na hier bei diesem Holzhaus. Achso, da ist noch ein Stein. Und Holz. Wie da die Achse hält, wie das alles sieht. Ja, richtig fett. Ach, da nebendrum würde ich ja auch noch eins zu machen. Ja, ja, das ist schon ein Stein. Ich hab's ja nicht keines. Ja, ne. Ja. Ja, ne. Ja, ich hab's ja nicht. Ja, ja. Ja. Ja, ne. Ja, ne. Ja, ne. Ja, ne. So Planks, hab ich ein Fundament für dich, jetzt mal eine Minute sind wir schon Na eben, ich dachte ich mir, komm, bauen wir eben schnell eine Werkbank Ja, aber das soll schon drinnen sein Ja Ich bring noch was Holz mit Mhm Ja, ich guck auch noch was ich finde Ihr rennt aber auf der Abwehr rum, ich weiß ja nicht wer das ist, aber Ich hacke gerade Ja, nicht du, ich meine jetzt, da rennt doch eher noch mit schwarzen Klamotten rum Na ne Den sollten wir vielleicht mal fragen So, ich komm mal zu euch Was fragen? Na, ob er sich uns nicht so ein bisschen anschließen will, sondern zusammentun, weil Das ich nehm, ich geh mal statt Ja, vielleicht gehört ihm ja das Haus hier, also Naja, mein ich ja genau Weil wir ja blöd sind, wenn wir uns jetzt an den Spieler auslocken und dann redet er uns oder so ne Kacke Ja, Raiden wird, werden wir vielleicht so wissen Wären wir sowieso irgendwann ja Deswegen locken wir uns halt immer mit den besten Soldaten aus Ja Ist ja no sleep euer Eben Sooo Äh Dicke Mütze aus der Henning Ich muss mal das Glas grad weghauen Ich tu hier mal direkt mal meinen Schlafsack hin, falls ich irgendwie verrecke Mhm Äh, wo ist denn jetzt das Fundament, bin ich grad blind? Mhm Fundament? War ja im Winter vielleicht voll Dass ich das gleich hier bereue Ähm, möglich Dann ist es im Nichts gecraftet Oh Dann ist es weg, hä? Ja Ist jetzt echt ein Witz hier schon, aber Ja warte, schmeiß mal was raus, ich hab noch genügend Platz Äh, ich guck ja grad, was ich, ach hier Papier guck ein Ja Wurde ich längst, ich frau auch immer war Ja Ja Ich mach was ich hab Ne Scheiße, ja Naja, eins kann ja noch mal Noch mal ne Minute hat schon jemand seinen schlafsack in die kenne ja ich bist ja immer mit der pampa bis zu schlafen schläfst gerne weiß wo sind die workbench noch nirgends wobei man den fundament haben die helgen helden besitzer soll ich mal alles antwort planks machen weil ich so gut so habe ja ja klar alles alles ja was denn alles einmal 250 und 161 aber macht das erste die werkbank hast okay und zum feuern brauchen wir ja dann ja ja gut wir haben ein paar bäume hier um die ecke müssen wir sowieso ein bisschen fahren ich habe noch kohle mit 250 und 125 der kosmation ausbauen ich habe kein buder was habe ich noch holz mache ich gerade zu woodblinks drei jahre mit anderen hier bis wir eine werkbank haben da geht schneller ich habe es jetzt gemacht weil ich hatte jetzt eh nichts zu tun da passt das fundament wo hätte ich direkt hier so hier und dann kann man erst mal derp 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 welch richtung baum oder nach hinten oder ja aber nicht nur gucken wie es passt ja und stehe ich mir eben hier mitten drauf die bergbank und sei doch hier vorne ist besser oder wie groß machen wir uns am besten denn brauchen nur ein ja nicht so eine größe meine ich wirklich nur ein fundament cool ja ich auch noch mal zwei fundamente ich mach mal all meinen gut geradezu wird hat vielleicht noch mal einer 20 gut ja dann kann man machen ich mach noch ich hab mit 7 7 7 ich hab noch einen bitte händler so wo ja hier liegen sieben mal hier nimm mal das wie solchkeit und lernen den helmen ja okay ach so ja na eben you can no craft red suit helmets ja für den dennny zeig ja soviel ist er doch den kann ich sogar machen einmal ich mach den mal direkt für einen so offen wohin an der ecke hier oder was würde ich sagen ja was ich hier so offen ecke hinterher kommen hinterher kommen sie wieder umräumen ist ja nicht so schlimm so mehmet hier bitte danke genau jetzt nämlich den ganzen ach nee sind ja schon metallfragmente stimmt habt ihr kohle drin nee ich habe nämlich noch kohle dann tue ich die gleich da rein du brauchst doch nicht holz muss darin nicht kohle ja metal oder welche richtung bauen wir die und fundamente kohle muss da nicht rein hier so lang hier so hat man mal ein auf fünf mal wird dann können wir noch ein camp feier machen nee ich habe kein wird mehr gar nichts mehr so wird links ja ich auch einundvierzig woodplanks habe ich scheiße warte mach ich jetzt den bau das geht auf jo was kann man denn jetzt hier mit diesen woodplanks machen ähm pillar und fundamente fenster treppen quasi ausbau ja dann mache ich mal noch ein fundament war so lagerfeuer brauchen wir dann ja auch bald noch ja genau ja schönes fundament wenn wir es diesmal hinkriegen vielleicht diesmal auch äh richtige schöne vierecke ja schönes viereck bis jetzt sieht eigentlich ganz gut aus ne ja in die andere richtung konnte ich nicht bauen naja weil es hier zu flach wird man ja in die richtung noch so ein bisschen ja doch noch mal zwei ich würde sagen dreimal vier oder vier mal vier ich mache mal noch ein camp feier ich habe mal ein bisschen holz hier so ein scheiß ach hier oben du 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 du